Was ist, wenn das meiste von dem, was dir die Medien über Psychedelika erzählten, falsch ist? Wurden wir über die heilenden Eigenschaften von Psychedelika getäuscht, so wie wir über das heilende Marihuana getäuscht wurden? Vor über 40 Jahren haben die Regierungen weltweit Psychedelika für illegal erklärt, sie gefährliche Drogen nennend. Die gefährlichsten Drogen auf der Welt sind jedoch Alkohol und Nikotin und beide sind legal. Die Gesetze basieren nicht auf Wissenschaft. Seit tausenden Jahren haben ursprüngliche Kulturen Psychedelika nicht als Drogen verwendet, sondern als Heilmittel. Und die Wissenschaft stimmt ihnen zu. Zahlreiche Studien belegen, dass Psychedelika nicht das Nervensystem schädigen. Sie machen nicht abhängig und sie haben die Kraft, selbst die hartnäckigsten Fälle von Angstpsychosen, Depressionen, Abhängigkeiten und posttraumatischen Belastungsstörungen, PTSD, zu heilen. Wenn Menschen mit behandlungsresistenter PTSD das Psychedelikum MDMA verknüpft mit einer Psychotherapie verabreicht wurde, heilte es 83% der Patienten. Und vergleiche dies mit den 25% in der Psychotherapie allein. Mit 22 Kriegsveteranen, die täglich in den USA Selbstmord verüben, ist es äußerst wichtig, dass diese Medizin öffentlich verfügbar gemacht wird. Das Koffein in deinem Kaffee ist giftiger für deinen Körper als Psilocybin-haltige Pilze. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass diese nicht abhängig machenden Substanzen tatsächlich bei Menschen mit Depressionen die Hirntätigkeit in überaktiven Regionen verlangsamt. In einer Studie der Medizinischen Fakultät der Johns Hopkins Universität sagten 80% der Probanden, denen Psilocybin-haltige Pilze gegeben wurden, dass dieses Erlebnis ihr Gefühl des Wohlfühlens und der Lebenszufriedenheit verstärke. Und 30% nannten es die wichtigste Erfahrung ihres Lebens. Psilocybin hat Angstpsychosen, Depressionen und Clusterkopfschmerz und Abhängigkeit vom Rauchen geheilt. Eine Studie der Universität von Südflorida stellte fest, dass Psilocybin sogar zur Neurogenese oder Neubildung von Gehirnzellen führen kann. In den 1950er Jahren verwendeten Ärzte in Kanada LSD zur Heilung von Alkoholismus mit einer Erfolgsquote von 45%. Sogar der Gründer der anonymen Alkoholiker Bill Wilson nahm LSD ein, um seine kräftezehrende Depression zu heilen. Wilson versuchte vergeblich an LSD zu kommen, mit welchem er das 12-Punkte-Programm der AA ergänzen wollte. Er behauptete, dass dessen Eigenschaft, Spiritualität zu entfachen, der wesentliche erste Schritt war und eine kürzliche Studie zeigt, dass LSD Angstpsychosen und tödliche Krankheiten bei Menschen vermindert. Eine Studie stellt fest, dass die langfristige Einnahme des psychoaktiven Kaktus Peiote keinen kognitiven oder psychologischen Schaden verursacht. Die Verwendung von Peiote ist in sechs Bundesstaaten der USA legal und Amerikas Ureinwohner haben die Pflanze seit hunderten Jahren konsumiert, um eine Verbindung mit einem tiefen Sinn von Spiritualität herzustellen. DMT oder Dimethyltryptamin ist eine psychedelische Verbindung, die reichlich in der Natur erzeugt wird und sogar im menschlichen Gehirn. In einer Studie beweist Dr. Rick Strassman die bedenkenlose Abgabe von DMT an Menschen. Diejenigen, die an Strassmans Studie teilnahmen, berichteten während der Wirkung von DMT über starke spirituelle Erfahrungen und einen geistigen Austausch mit einer höheren Intelligenz. Ibogain wird aus einem westafrikanischen Strauch gewonnen und ist dafür bekannt, Menschen bei hartnäckiger Abhängigkeit von Heroin und verschreibungspflichtigen Medikamenten zu helfen, ohne dass sie einen Entzug durchmachen müssen. Experimente haben bei Langzeittrinkern des amazonischen Tranks Ayahuasca einen erhöhten Spiegel von Serotonin nachgewiesen. Dies ist die Substanz im Hirn, welche Glücksgefühle bestimmt. Und rituelle Ayahuasca-Trinker neigen weniger zu Abhängigkeiten. Die westliche Medizin behandelt meist bloß Symptome und dabei die Gründe für viele Krankheiten außer Acht lassend. Wir alle hatten einmal traumatische Erlebnisse und wenn wir sie nicht verarbeiten und sie aus unserem Bewusstsein löschen, dann äußert sich das Trauma in unseren Körpern als unerklärliche Schmerzen, Krankheit, Depression, Angstpsychose, PTSD, Krebs. Die Liste geht weiter und weiter. Mit der richtigen geistigen Einstellung und in einer sicheren Umgebung eingenommen können Psychedelika traumatische Erlebnisse heilen. Wenn Menschen diese Heilmittel einnehmen, geraten sie in einen traumartigen Zustand, in dem traumatische Erinnerungen eines Lebens freigesetzt und verarbeitet werden. Die Angst und das Gefühl von den Erinnerungen werden getrennt und neue Nervenbahnen geschaffen. Manche Patienten beschreiben die Einnahme von Psychedelika als 30 Jahre Therapie in einer Nacht. Eine der größten Tragödien der Menschheit des 20. und 21. Jahrhunderts ist, dass die Allgemeinheit keinen Zugang zu diesen Heilmitteln hat. Der Journalist Graham Hancock stellte fest, im Grunde macht uns unser Bewusstsein zu dem, was wir sind. Bis zu dem Ausmaß, dass, wenn wir nicht Herr unseres eigenen Bewusstseins sind, dann können wir auch nicht ernsthaft der Herr über irgendetwas sonst sein. Psychedelika stärken den Geist. Sie geben uns die Macht zurück und zeigen dir, wie du dich von innen heraus heilen kannst.